Leidenschaft bedeutet für mich, die Natur zu spüren, den Wind zu spüren, manchmal halt auch den starken Sturm. Ich kriege das Grinsen nicht mehr vom Gesicht runter, die Augen fangen an zu leuchten. Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Das ist für mich Leidenschaft, ja, 100 Prozent. Die wahre Größe ist es, wenn man sich Fehler eingestehen kann. Wenn man hinfällt, dann steht man auch immer wieder auf und man arbeitet so lange an sich selbst, bis man die Hürde oder das Problem überwunden hat. Es gibt keine Niederlagen. Niederlagen sind immer auch der Start und die Chance für etwas Neues. Ängste probiere ich auszuschalten. Wenn man eine Welle sieht und die ist so wunderschön, dann will man sie ja auch fahren. Und ich glaube, das ist der Moment, wo ich mein Gehirn ausschalte und es einfach mache. Für mich gibt es kein Leben ohne Natur. Ich finde, Natur ist das größte Geschenk, was es gibt für uns Menschen. Und es ist sogar umsonst. Das ist das Allerverrückteste. Und Natur macht das Leben erst so wunderbar.